So Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und heute haben wir Food Birthday Pack Opening Eskalation. Also wirklich, es ist mein bestes Pack Opening von meiner Seite aus, was tradable angeht. Ne, 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 mein zweitbestes, mein zweitbestes. Wir hatten damals schon Cristiano Ronaldo gezogen. Der ging ja damals, glaube ich, für, lass mich nicht lügen, 1,8 Millionen, 1,7. Wir haben sowas ähnliches gezogen. Es geht auf jeden Fall in den Millionenbereich rein. Eine Food Birthday Karte direkt um 19 Uhr, Freunde. Bleibt dran, wenn es euch gefällt am Ende, lasst gerne ein Like da. Lasst ein Abo da, wir sind kurz vor den 51.200. Und ganz wichtig, es kam heute um 14 Uhr auf meinen Zweitkanal einen Vlog online. Wenn es so weitergehen soll, also dass ich auch täglich fast Vlogs bringen soll, lasst gerne auf den zweiten Account Liebe da. Ich werde den euch mal in den Kommentaren anpinnen. Könnt ihr nach dem Video gerne abchecken, würde mich freuen. Dann seht ihr auch, ob sowas privat bei mir so abgeht. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal rein. Also in die Vergangenheit, das ist ja gestern im Stream passiert. Bedeutet, wir gehen jetzt kurz ins Best-of rein. Und dann haben wir noch ein paar Abonnenten-Packs. Wir sind zu einem Mod reingegangen, auch nochmal ganz wichtig zu sagen. Haben da die Lightning Rounds gezogen. Nicht, dass die Leute denken, ich habe aufgeladen, ich habe nichts aufgeladen. Bei mir hat ein Mod, Pottjunge, Grüße genau aus, hat 30k FIFA Points gehabt. Und ich sollte die 100k Lightning Rounds ziehen. Was da passiert ist, seht selber. Let's go. Okay, ich bin gespannt. Ihr könnt bei Instagram noch beim Gewinnspiel mitmachen. Wird morgen aufgelöst. Ich habe 2% Handy-Akku. Scheiße, ich kann gar nichts mehr machen. 2% Handy-Akku und Airpods sind leer. Okay, 19 Uhr. EA Sports. Zeig her, erstmal SBCs. Ah, 3 Sterne Reekfoot, hat nur 1 Stern mehr als ich. Ich will eben gucken, ob irgendwas Dickes gekommen ist. Gruppe 1 Tages-Challenge. 2-Spieler-Pack. Untauschbar. Darf natürlich nicht fehlen. 2-Spieler-Set. Untauschbar. Ah, die haben Reekgrade... Äh, Reek... 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 Reekgrade-Upgrade. Nein. Reekfoot-Upgrade. So rum. Reekfoot-Reekgrade. Perfekt. Dann öffnen wir erstmal meine Packs, würde ich sagen. Danach gehen wir bei euch rein, oder? Chad, was sagt ihr? Erstmal meine Packs und dann bei euch? E-Fucking... E-Fucking-Sports. Gönnt. Na, wir öffnen erstmal die ganzen Mob-Packs hier weg. Reekgrade-Upgrade. Junge, ich hatte kurz... Kurzen Hänger gehabt. Walkout. Good Birthday. Good Birthday. Let's go. Ist das normal, ja, ne? England, Vardy. Stark, Vardy. Let's go. Wie geht's euch? Alles gut, Freunde? Kurz Vardy gezogen. Was ist los? Chad, wer bortleht denn bei uns? Ich hab gesagt, 5 Kpx-Meter. Tradeable. Let's go. Wie viel stelle ich den rein? Für zwei? Chad, für wie viel stellen wir den rein? Was ist los? Vardy gezogen. Zwei Millionen. Ich hab nicht realisiert. Für wie viel stelle ich den rein? Ich liste den für zwei, oder? Hä? Spielstopp. Ich muss den schnell listen. Das war nur Reaction-Pack. Ich stelle den für zwei glatt rein. Mir egal, ob der noch steigt. Ich stelle den für zwei glatt rein. Okay, komm, wir machen... Äh, Chat-Pack. Schreibt's rein. Let's go. Neue Season? Oh, schau ich mir gleich an. Oh. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott. Herr Mozo? Herr Mozo, put birthday? Das ist Tradeable. Hör mal auf, Junge. Put birthday, Herr Mozo. Nein, ihr trollt. Ihr trollt. Nein, niemals, Chad. Ihr trollt. Ist das normal? Das ist normal. Kann mir keiner erzählen. Ist das normal? Hä? Hä? Nochmal 200k oder so. Das ist normal. Das muss normal sein. Ich hab kein Packlack. Ich schwör's euch, Chat, ich hab kein Packlack. Nicht, dass ihr mich mit so Augen jetzt seht. Ich bin kein Packlacker. Porto, Junge, ich beeil mich. Ich hoffe, ich bekomme noch ein, zwei Packs. Zu spät, Kollege. Ich bin so schnell. Ich werd so schnell sein. Fanta Exotic war cool, aber mittlerweile, ich kann's nicht mehr sehen. Ich hab's tot getrunken und seitdem ist es einfach Zucker geworden. Ganz schnell, Porto, Junge. Ich bin so schnell. Ich hol mir mindestens drei Packs ab. Ich werd so schnell sein. Nein, 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 nein. Nein! Ich schwöre, das ist nicht extra. Wie kann man so zweimal Fettfingern? Ich schwöre auf alles, das war nicht extra. Weil es hat gelegt und... Ach, scheiß auf, wir beeilen uns. Und ich beeil mich, Porto, Junge, ich bin da. Oh, oh, 159.000. Easy. Easy, Porto, Junge. Brille geht runter, Freunde. Das sind jetzt die ganz dicken Packs. Perfekt, wir skippen. Ich fühl mich einfach wie so ein... Wirklich, wie so ein... Auflader-Youtuber. Wie nennt man diese YouTuber, die aufladen? Auflader-Youtuber. Ihr wisst, was ich mein. Wir gehen rein, nächstes Pack. Kein Wargods. Nicht mit Coins. Hab ich nicht gemacht, oder? Habe ich mit Coins geöffnet? Nein, oder? Habe ich drei Packs mit Coins geöffnet? Nein, nein, niemals. Mit Münzen geholt. Porto, Junge, hab ich nicht. Lass dir nicht einreden. Hab ich nicht, die Trollen. Eins hast du mit Coins geöffnet? Alter, sorry. Realtalk, das mach ich niemals extra. Chat, es tut mir leid, Porto, Junge. Bro, sorry. Kurz Brille hochmachen. Es war gierig gewesen. Passiert dem Besten, richtig. Dankeschön, den hab ich gebraucht. Es passiert dem Besten. Kommt, Porto, Junge, dafür holst du jetzt eine Food-Birthday-Cutte ab. Yay-Account! Das war so gewollt mit Coins! Das war so gewollt mit Coins! Das ist ein Yay-Account! Wir haben ihn! Du hast einen Yay-Account! Es ist ein Yay-Account! Ich will seine Reaction wissen. Wo bist du, Porto, Junge? Yes, er schreibt nur yes. Ich hab geweint, er schreibt nur yes. Alles gut. Bestes Video morgen. 1, Porto, Junge, soll ich den Listen? Wenn ja, für wie viel? Soll ich den Listen, Porto, Junge? Schreib's mal rein. Ich muss ehrlich achten, dass ich mit Points öffne. Es tut mir leid gerade. Aber die Coins, glaube ich, wurden jetzt wieder raus. Nein, ich hab das 5x85 geöffnet. Es tut mir leid. Oder es war Schicksal. 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 Es war Schicksal. Zazagön dir. Food-Birthday Nummer 3, Freunde. Food-Birthday Nummer 3. Let's go. Nummer 4. Food-Birthday Nummer 4. Scherzer, was ist denn los? Das war nicht zu... Das war nicht... Oh, aus Versehen. Nein, das war so gewollt. Ich wollte euch überraschen. Das war eine Überraschung. Hier, 300k hier mitnehmen. Und hier ist auch nochmal deine 200k. Ja, was soll ich euch erzählen? Das waren meine Packs und Packs von Mods. Wir hatten alle extrem Packlack. Ich hab ja Vadi gezogen. Ihr könnt sehen, ich hab ihn am Ende nur für die Mio verkauft. Ja, ich hab verkackt. Ich hab ihn zu teuer gelistet. Die Stunde ist umgegangen. Die 100k Lightning-Rund kam. Und deswegen ist er über eine Million am Ende doch gedroppt. Ich hätte ihn locker für 1,7 oder so verkaufen können. Aber nun gut. Ich will mich nicht beschweren. Eine Million haben oder nicht haben. Und 250k von Hermose nochmal. Und das waren halt nochmal ein paar Packs, die ich aufgespart hab. Die Ausbeute. Eigentlich ganz okay. Wir hatten noch die Maria und Cody Alba gezogen auf meinen Account. Dann haben wir ja nochmal ein Free-Pack gehabt. Also am Ende war es doch ein gutes Pack-Opening. Okay, es war ein geisteskann gutes Pack-Opening. Wir haben Vadi, der ist der drittteuerste. Ich glaub, oder der zweiteuerste sogar. Ich hab hier drei Positionen frei. Ich will nicht alle meine Coins reinhauen. Die Formation muss auch nicht so sein. Sagen wir mal 2,5 Millionen nehmen wir mal uns in die Hand. Für drei Positionen. Wie gesagt, ihr könnt ruhig eine andere Formation nehmen. Aber es müssen drei Offensive sein. Weil zwei Defensive hab ich hier schon mit Makelele und Petey. Wenn ihr da was bauen wollt, kannst du mir sehr, sehr gerne auf Insta schicken. Würde mich freuen. Ich bin grad ein bisschen verzweifelt und komm nicht weiter. Ansonsten, ja, wenn's euch gefallen hat, Freunde, lasst gern ein Like da. Lasst ein Abo da. Endlich mal wieder wirklich dickes, dickes Pack-Lack auf meinem Account gehabt. Ich würd aber sagen, ich bin erstmal raus. Schönes Wochenende noch. Oder, ja, schöne Ferien, was auch immer. Haut da rein. Bis morgen. Und, ciao, ciao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017